Die Ziegelei in Walle Für die Ausgabe 14 der Winzer Geschichtsblätter befasste sich die Waller Heimatpflegerin Thea Hoppenstedt mit der alten Ziegelei ihres Ortes. Dabei erläuterte die Autorin, dass in Walle bereits sehr früh Ton gefunden wurde und in Erdlöchern zu Ziegel gebrannt wurde. Der Waller Lehrer Tölke verfasste 1812-1813 einen Eintrag für die Dorfchronik, in dem er von einer Ziegelei berichtete, die der Winzer Holzhändler Lohmann an der Waller Lehmkuhle eingerichtet habe. Der folgende Auszug aus dem Text der Waller Heimatpflegerin widmet sich der Entwicklung der Ziegelei bis Ende des Jahrhunderts. Man fand in Walle ein großes Tonlager. Es hatte eine Tiefe von 163 Fuß, die Form eines Berges und schrägte nach Norden und Süden auf 5 Fuß ab. Hier fand man einen blauen Ton, der so fest war, dass er mit Hacken losgehauen werden musste. Die große Tonkuhle war ein Sumpf, in dem Fische vorkamen. Nachdem der Sumpf trockengelegt worden war, gewann man dort den begehrten blauen Ton, aus dem die bedauerhaftesten Ziegel gebrannt werden konnten. Seit der Gründung der Ziegelei arbeitete der Vater des Waller Lehrers Tölke, selbst auch Lehrer am Dorf, hier als Tagelöhner beim Backen und Brennen der Steine. Denn Lehrer ging es damals finanziell sehr schlecht, sodass sie dringend dazu verdienen mussten und so war es ein großes Glück für Tölke, als ihm nach einiger Zeit die Stelle eines Ziegelmeisters und Verwalters übertragen wurde. Seit 1823 starb Tölke an den Folgen eines Sturzes in der Lehmkuhle. Sein Sohn Heinrich Tölke übernahm bis 1829 nicht nur seine Stellung als Waller Lehrer, sondern auch seine Arbeit in der Ziegelei. Ihm folgte als Lehrer der Waller Schüler und Verwalter der Ziegelei sein jüngerer Bruder. 1875 war die Zahl der Waller Schüler von ehemals 14 stark gestiegen. Und auch die Ziegelei hatte einen Aufschwung genommen und beschäftigte nun 30 Arbeiter, so dass Tölke sich entschloss, die Verwaltung der Ziegelei abzugeben und sich ausschließlich der Erziehung und Unterrichtung des Waller Nachwuchses zu widmen. Besitzer der Ziegelei waren zwischen der Winzer von der Brelje, der den Betrieb von Lohmanns Sohn erworben hatte. In der Zeit von 1894 bis 1904 erlebte die Ziegelei ihre Blütezeit. Häufige Brände in den Dörfern, die die zum größten Teil Stroh, gedeckten und lehmverputzten Häuser gleich reihenweise zerstörten, überzeugten viele Hausbesetzer von den Vorteilen der Ziegel. Als die Arbeitskräfte in Winsen und Walle knapp wurden, heuerte man Arbeiter aus dem Lipperland an. Für diese Arbeiter und auch für die für die Ziegelei tätigen Fuhrleute wurde in Walle je ein Haus gebaut. Zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Gewinnung von Ton und die Instandhaltung der Anlage immer schwieriger und finanziell aufwendiger. Ein großes Problem stellte das ständig Nachlaufen von Grundwasser in die Tonkohle dar und auch die verkehrsungünstige Lage des Ortes, das Fehlen eines Eisenbahnanschlusses, spielte eine Rolle beim langsamen, aber stetigen Niedergang des Unternehmens.